hey da abenteuer moin moin zum xbox von twitch stream immer noch mit neverwinter mit zit mark du bist du bist eine andere instanz im turmviertel ach mist warte ich wechsle mal zu dir hin ich komme zu dir rüber das geht ja ziemlich schnell läuft doch das ist doch kein stress hier eben also da hatte ich bei anderen mmo launch schon deutlich mehr probleme oder allgemein bei online spielen ich meine ich wollte vom anfang oder halo nach wie vor funktioniert nicht richtig also da gab es schon deutlich schlimmeres als das jetzt hier ja das ist ein bisschen naja die welt ist halt größer das sind keine instanzen sondern das halt so eine zusammenhängende welt so jetzt hier runter auch der weg führt einen auch umwege und quatsch wieder so eine kiste meint man wunders was es ist weil es lila ist und er muss dafür bezahlen das war es für mich aber nicht so toll naja 1 habe ich geworfen und gewonnen habe ich ja glück gehabt hier muss mal rein ja genau gildenhalle naja ich will ja mal hoffen dass man auch bald eine gilde hier aufmachen können ja 5 aber ich denke über ostern für garantiert bei geduch wenn kosa sich dann mal losreißen kann von seinem dark souls ja ich glaube der hat nicht mal registriert dass wir überhaupt jetzt online sind ja wahrscheinlich ja bestimmt schon vollbart seit tagen nichts gegessen und nichts getrunken ja also was gibt es ja immer wieder dass die leute da beim zocken abnippeln aber das kann mir keiner erzählen dass das nur an den spielen liegt sondern da muss mehr mit den leuten verkehrt laufen das hat eher mit sucht zu tun mit der sozialisierung na klar ne ach ich zocke ja auch manchmal wenn ein spiel so richtig fesselt dann hängst du da auch stundenlang davor aber irgendwann kriegst du nun mal hunger oder kriegst durst oder musst mal aufs klo oder dann will der hund raus und dann dann ist auch wieder gut manche schon das ist wohl wahr ach so na gut ja habt ihr da spiele süchtiger also videospiel süchtiger ach so ach die leute okay na ich hab nen ja was heißt kumpel mit dem habe ich eigentlich seit jahren nichts mehr zu tun aber der hat täglich gekifft wie ein blöder und ich hab das dann nur so gehört jetzt vor kurzem mal dass er dann wo auch relativ lang in behandlung war weil er eine psychose entwickelt hat naja das ist halt wie mit allem wenn man die maße nicht kennt und dann dann kann es nicht gut enden draußen sind noch ein paar ach so die hoffnungslosen fälle oder wie naja langzeiten ach so ok na klasse hm muss man nicht unbedingt haben naja krass tja das ist ja auch übel ach so ach so naja gut ja da will ich ja nicht mit ihr tauschen bestimmt nicht so ohne manchmal ui was ist denn das ach für ein schurken siehst du wärst du jetzt mal mit deinem schurken da gewesen mann haha schade blauer gegenstand hier mann 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 schade ähm neuer gürtel java nehme ich diebstahl ah ne warte mal noch nicht raus hier erkk Hier gibt es dann bestimmt noch was ach so ne da dürfen dann doch nichts mal sein Kosa hat es nervt mich manchmal so ein bisschen means weil der wirklich so durchrammelt. Gar keine Ruhe und nichts angucken. Nur schnell, 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 schnell. Ja, das artet dann irgendwie ein bisschen mehr in Stress aus als Spaß teilweise. Ja, eben. Das ist manchmal ein bisschen blöd, aber naja, okay. Ich sag mal, spätestens bei Stufe 20 oder so kommt da ein Quest. Das muss man alleine machen, weil das wohl verbuggt ist. Und das sind so mehrere Kampfevents nacheinander, was relativ schwer ist. Und das hat Cosa nicht geschafft in der Beta und da hat er dann ganz schnell die Lust verloren. Weil er nämlich die ganze Zeit seinen Gefährten nicht gelevelt hat. Ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich hier meinen Gefährten kriege, weil sonst wird das auch blöd. Wenn ich den dann nicht mitleveln kann. Weil die halten dann doch schon ganz gut Schaden mit ab, gerade wenn man so einen Nahkämpfer dann sich als Gefährten mitnimmt. Ey, du kannst den übrigens auch immer wieder aufleveln, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dem hier ist, aber der müsste immer wieder aufleveln und dann musst du den kurz wegschicken und dann levelt der genau. Der ist dann für fünf Minuten weg. Ja, genau. Ja, das wird dann immer länger. Das wird dann immer länger, genau. Ich kann ja mal gucken, zeigt es mir hier schon was an, Gefährten. Ne, hier sehe ich noch nichts. Aber ich habe wieder Kräfte. Kräfte. Bei der Macht von Grayskull. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob das mit level 15 war oder ob das überhaupt ein Quest war. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also mit level 20 kommen Reittiere dann auf jeden Fall. So, Beruf kann ich nochmal was machen. Dauert zwei Stunden. Ach nee, vier Stunden. Alter. Was sind das jetzt für Zeiten hier? Zehn Minuten. Ja, das ist ein bisschen doof. Dass das dann doch so lang dauert. Zumal ich noch gar nicht weiß, was ich jetzt für einen Nutzen hiervon habe, ehrlich gesagt. Berufen, weiß ich auch nicht. Bei Führung. Du überhältst ja immer Gegenstände oder Materialien. Ja, ich mache hier Führung gerade. Schicken Sie Ihren Soldaten mit Nahrung zum Flüchtlingslager. Tja. Ich weiß nicht, was ich dann davon habe. Also ich kann ja nichts bauen. Ob ich dann irgendwie Gebiet erkunden, Held trainieren. Belohnung. Ach, da kriege ich irgendwelche Helden oder so dann. Weiß ich leider nicht so genau. Nicht so super erklärt. Also die anderen Berufe ist klar, Schneider und so. Ich meine, was wird wohl ein Schneider machen können? Das kann man sich wohl denken. Wohlspacken. Ich glaube, Plattenschmied war noch was für mich. Ich muss noch mal gucken, was das für Rüstungen bei mir waren. Ne, das war hier. Glaubenskrieger. Vitale Ketten. Wo sehe ich denn das nochmal richtig? Lass mal eben gucken. Plattenschmied. Plattenhemd. Na. Beschützender Kämpfer. Nein. Plattenbeinlegen ist das was für mich. Beschützender Kämpfer. Nein. Plattenrüstung. Ach nee, Kettenschmied war glaube ich was für mich. Moment. Kettenbeinlegen. Ja, okay. Dann mache ich mir noch einen Kettenschmied. Warum nicht? Fünf Sekunden werde ich verkraften. Ach shit, keine Plätze verfügbar. Was, kann ich wirklich nur einen Beruf wählen? In der Beta waren das mehr. Ach nee, ab Stufe 30 kann man noch einen zweiten Beruf wählen. Ah, okay. Okay. Na gut, da haben wir noch ein paar Minuten, ja. Gefreiter Quickfoot habe ich jetzt. Richtig, das ist die nächste Quest. Einzimblick. Desperate, willst du mitmachen? Dann laden wir dich ein. Moment, ich gucke mal, ob er online ist. Ne, ist noch nicht online. Aber hier hatte ich definitiv schon einen Gefährten, da bin ich mir sicher. Wie ging denn das nochmal? Verdammt. Wo ist denn nur Rune, wenn man sie braucht? Verdammt. Was ist das? Was? Was ist das? Ja, die hat auf dem PC gespielt. Ja. Die müsste das wissen. Ja, hier hatte ich auf jeden Fall schon. Wollen wir nochmal in die Stadt zurückgehen? Guck mal hier, kannst du das Quest von dem annehmen? Siehst du hier den Geist? Kannst du von dem Quest annehmen? Nein, der sagt nur Wiedersehen. Okay, dann gibt es vielleicht wirklich so ein paar klassenspezifische Quests, weil der für mich eins hat. Ah, okay. Ach, jetzt hänge ich hier. So, jetzt mal die Quest annehmen, aber ja, klar, wir können in die Stadt zurück. Ja, ich meine, das wäre schon ganz sinnvoll, denke ich. So. So, ich gebe mal. So, ich habe mal einen Punkt festgelegt. Da muss man ein bisschen laufen, aber... Ja, ich denke, das ist sinnvoller. Auch wenn wir mal nicht zu zweit spielen, dann ist das schon besser, wenn wir noch so einen Gefährten haben. Beziehungsweise, du hast ja einen, aber das ist nur so Fernkämpfer. Und da du auch Fernkämpfer bist, ist für dich vielleicht auch sinnvoller, wenn du noch einen Nahkämpfer hast, der dann so ein bisschen Schaden von dir abhält. Denn gerade in der einen Quest, das war schon nicht ohne, das sind dann wirklich so fünf, sechs Kämpfe in so einer Art Arena mit auch richtigen Bossgegnern, die ordentlich austeilen. mit noch anderen kleinen Mobs immer dabei. Und das war wirklich nicht einfach. Ja, ich denke schon, dass der Schrie, ich weiß, gerade noch nach oben angezogen wurde. Ja, also spätestens, wenn wir hier in die ersten richtigen Instanzen reingehen. Also das, was wir gestern gemacht haben an diesem, an dem Hafen dort, das war ja noch Kinderkram. Das war ja noch keine so wirkliche Instanz. Mach's gut, Cain. Viel Spaß auf der Nachtschicht. Bis morgen. Ciao. Ah, die Nachtschicht. Da kannst du auch ein Lied von singen, ne? Ja, klar. Jeden Monat acht bis zehn Nächte. Ich meine, ich mach's ja gerne, ich bin Nachtmensch. Acht bis zehn, so viel. Acht lieber Nächte als Frühdienste. Ja, das glaube ich dir. Wäre auch eher mein Ding. Von neun Uhr abends bis morgens um halb sieben. Ja, das ist doch... Eineinhalb Stunden. Gibt's da wenigstens Nachtzuschlag? Ja, haben wir. Ja, ach, na dann. Was willst du da noch tagsüber machen? Ich meine, nachts ist doch auch vergleichsweise ruhig, oder? Ja, ja. Vergleichsweise, genau. Meistens ist es nachts. 90 Prozent der Fälle hast du nicht viel zu tun. Medikamente stellen für die nächsten Sachen, solche Geschichten. Ja, gut, das ist ja... Also gute Geschichten passieren da eher selten. Hm. Ja, naja, gut, ich meine... Was muss, das muss, ne? Kannst es ja nicht immer so aussuchen. Was hier in Nachtschicht auf der geschlossenen Psychiatrie? Das könnte auch ein Buch oder ein Film sein. Ja. Ach, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Das glaube ich dir, ja. Das glaube ich auf Anhieb. An psychisch-sechischen Abgründen, was es da gibt. Ja. Ich will wieder raus. Timed out. Runter geflogen. Ich warte mal hier vor der Tür, weil ich weiß nicht mehr, was das für ein Quest war, aber... Ähm, hier gibt's eine, ich weiß nicht, Verzauberung oder so, was man da freischalten konnte. Ich warte dort mal vor der Tür auf dich. Auf jeden Moment wäre er da sein. Das müsste hier sein. Ja. Waisenladen, genau. Weiß nicht, ob das müsste man jetzt eigentlich schon annehmen können. Bin ich jetzt? Wo bist du? Bei dir schon. Ähm, ja, du guck mal, geh mal, drück mal Start, geh mal auf Quest und dann Instanz wechseln und komm mal in meine Instanz rein. Muss ich eine Minute warten oder anderthalb? Ach so, äh. Ja, warte, ich muss, glaub ich, nur 30 Sekunden warten, dann komm ich zu dir, 20. Ja, ich glaub nämlich hier drin, warte, ich geh mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, jetzt hier reinzugehen, aber da gab's, ich glaub, irgendwelche Edelsteine oder Verzauberung oder so, was man hier noch freischalten konnte, wo man hier so ein kleines Quest machen musste. Radardevise. Ja, Verzauberung sind das, aber... Ne, das ist noch nicht hier. Ist gar nicht mehr, wo man das annehmen musste. Ob's das wirklich erst gab, wenn man hier mit dem Nox noch ein bisschen was gemacht hat, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mein Schwein schon hatte hier, als wir da waren, wo wir vorhin jetzt hier rumgelaufen sind, in dem Questgebiet. Da hatte ich das auf jeden Fall schon. Und ich weiß auch, dass das hier in der Halle drin ist, aber ich weiß nicht mehr, wie man das gekriegt hat. Oder vielleicht war das nur wegen der Beta, dass das deshalb freigeschaltet war. Das könnte auch sein. Das große Handelszentrum. Ja. Lädt und lädt. Da haben schon wieder auch was gefunden. Ne, toll. Auf einmal alles. So, also hier sind Gefährten, aber die kosten alle was. Meist, das Schwein hast du für lau gekriegt, oder? Ja, hier den Eber, ja, den habe ich für lau gekriegt, dann ist es vielleicht nur wirklich nur wegen der Beta. Seine, ja. Das ist ja schade. Hab ich da eigentlich umgeschaut und als ich auch meinen Begleiter gesucht habe, habe ich alle Geschäfte abgeklappert. Ja, eigentlich war das hier in der Handelsgedönse hier. Wir müssten jetzt wieder in einer Instanz sein, denn ich habe hier grün vermehrt. Ja, ja, ich bin nur noch in dem Haus drin, deshalb siehst du mich wahrscheinlich nicht. Hier oben bei den Tempeln bin ich jetzt gehandelt. Ich komme jetzt gerade raus hier. Ja, dann machen wir halt nur ein bisschen Quest weiter, was soll's. Ich dachte jetzt, dass das gehen würde, aber scheinbar muss man da wirklich teuer dafür bezahlen. Du musst hier Auktionshaus besuchen. Ach so, warte mal, wo hast du denn die angenommen? Habe ich angenommen, wenn du auf Quests gehst? Auf Tagebuch? Ja. Ähm. Muss ich mal selber gucken. Die war irgendwo in dem Menü zu finden. Ach so. das war wirklich so spezialquests neue auf gar hier neue aufgabe das auktionshaus ja stimmt okay ja dann machen wir das zumal das ist vielleicht hier glaube ich das hier postbote ja das ist gleich hier wo ich bin jetzt hängt es wieder ja genau hier kannst du jetzt taschen mal gucken vielleicht gibt es ja hier was alle taschen kein gegenstand gefunden okay naja gut kann natürlich auch sein dass da einfach nur nicht viel ist im auktionshaus obwohl es gibt gar nichts das verwundert mich ein bisschen ausrüstung kopf ja du kannst hier auswählen und dann mit x guck mal moment glaubenskleriker suche kopf für transaktion drücke x um eine neue suche zu beginnen irgendwie suchen ah y mit y sucht man doch hier ist schon einiges ja und jetzt hier auf taschen gehst zum beispiel und dann mit y sucht ja ne taschen hat aber keine toll aber verbrauchsgüter und so ja hier findet es doch schon einiges aber das sind alles diese astral diamanten astral scherben und was weiß ich nicht alles hier gibt es schon haufenweise zeug eins von sieben von 400 aber da verletzt das zeug echt schnell muss man sagen ich hätte es gar nicht so gedacht ja du kannst sie auch sortieren nach ja kopf und dann noch eine bestimmte klasse und was für sich nicht alles ja aber da brauchst du so astral diamanten die kriegt man zum beispiel durch tägliche quests da haben wir jetzt eh noch nicht viel das lohnt daher noch sowieso noch nicht richtig also ich habe jetzt angriffspläne sammeln im turmviertel das ist genau ja so wo führt denn der weg hin hier ja ich bin hier unten direkt bei einer tür junger gassenjunge ah ja gut dass es kein alter gassenjunge ist so flüsternde hüllen scheint echt nur ein gebiet für das hohe level dann zu geben ne ich bin mal gespannt wie das so mit dem endgame content ist hier ob das dann wirklich genug inhalt bietet dass man auch noch genug zu tun hat ich bin schon hier ins turmviertel ja ich bin gerade durch verdammt ne ich bin ins black lake viertel gegangen kacke so gehe ich jetzt ins turmviertel misst dat war nix so jetzt und du bist offline wieder ja ich warte mal gleich hier moin poxy moinsen was sind denn das für bananen hier was bist du wieder einer anderen instanz ach das ist ja blöd dass es einen nicht automatisch dann immer rein macht 1 13 muss ich warten na gut dann mache ich ja noch mal einen schnellen schnitt und hol mir einen tee ja ich glaube ich mache mir einen tee und dann machen wir gleich weiter oder lecker tee passt immer bis gleich Vielen Dank.